Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben und herzlich willkommen in der 2.0 Folge von Dragon Age. Ich finde hier erstmal eine Aufgabe und zwar eine Spiegel, wenn was zu tun ist. Ich finde mal eine neue Spiegel. Jetzt muss ich jetzt... Ich bin hier nur runter, glaube ich. Komm, komm, komm. Da ist sie schon da oben. Ja, später bin ich immer noch so. Was mehr? Mein Bärchen. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Aber ich will dich auch haben. So. Das sieht ja gar nichts aus. Nichts. Boah, bitte drauf. Ich hätte so gesehen leichter. Aber das müsste ich ja eigentlich genau das finden, was ich tränke. Ach, das ist kaum hoch. Das ist die Phase. Komm jetzt. Ach. Hoch. Oh Gott. Oh, hab in der Galopp. Mein Gott, wie groß. Gut auch immer so, als ob er irgendwie... Guck mal, sogar warig schafft es. Ein kleiner Zwerg. Ja. Manche Knöpfe können eben besser knöpfe. So gut. So hier rein. Noch mal kurz was. Ach, ich hab sogar das Bühne vergessen. Lass ich da noch mal rein. Ja. Hier leuchten. Was ist jetzt? Ach. Da macht was. Nein. Warum müssen wir das nicht? Ach. Da ist ne Krue. Kann mich schon mal ein bisschen dünnen. Ah, ein Griff ist endlich. Was denn? Natürlich. Nicht so gelohnt, wie ich dachte. Aber okay. Das... Schon. Was machen wir als Nächste. Die Henswürdigkeit könnte ich noch mal durchsuchen, wenn ich sie finde. Ansonsten gehen wir zurück und denke mal, der könnte auch gleich noch hopp. Und erst mal noch mal andere. Einfach mal um die Henswürdigkeit. Man kann mir nicht direkt freuen, ob sich diese Henswürdigkeit entfüllen. Hier? Ja, die sind nicht. Drei von fünf. Ne, die anderen drei. Hier irgendwo noch? Ach, hier vorne sinds. Was ist das? Im Hausputz? hier hinten ist noch was anderes könnten wir eigentlich noch halt nur mal gucken da lang kommen ist wieder dahin und schaue dann ob ich die ahnung habe es gibt nichts zu berichten geradeaus wieso bitte mal einen anderen weil ich weiß jetzt noch nicht ob er so gut spielen kann obwohl er ja sowieso davor besser war als meine eigene person du hast deutlich längere beine mein Freund ich will mich jetzt auch noch nicht erstmal nehme ich mir lieber doch den anderen wenn man irgendwie hier hoch wie das werden aber da scheinen wir doch wohl schon gewesen aber wenigstens ein bisschen ansteigen, nehme ich natürlich auch noch mit nicht Elfenbrotel nehme ich auch noch mal mit warum auch immer braucht man gar nicht Spielarbeitungen braucht man ja auch nicht mit Elfenbrotel noch ein Brudder nach unten jetzt mal nicht mit eben lieber andere Sachen mit wenn ich was finde ja, hier ist ja viel, ist das alles Stangstein? nicht alles 1, 2, 2 das geht doch nicht oh? ja gar nichts mein Gott irgendwann mal braucht man was ist das jetzt ein Bär? auch Bären auch nicht die Bären nicht einfach nur was hat was ist das was bist du du bist du jetzt machst du warte aber mit Und das war nicht erscheint. Nicht beim Langsland. Wirklich! Hat mich Baric nicht erschrocken. Ich meneue, warum ich nicht weitergehen könnte. Ah, jetzt! Ich musste gerade etwas laden. Entschuldigt wieder! Hats, bitte! Also, man, nicht so vormeine Anni so angesucht, sondern pantomabes. Jetzt mal sehen noch wir mal. Nein, 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 nein. Oh mein Fein ist einer wie ich es kann. Ich habe mir noch eine Hälfte am Weg. Wasserfall. Oh, jetzt haben wir das eine Ferdere. Da scheint man nicht zu sein, dass man hier irgendwo noch was verschieben kann. Ach doch, hier ist noch ein Riss. Ja, stimmt. Gut, dann werde ich mit dem Riss mal beschäftigen. Ja, nur so. Oh, das hat er jetzt irgendwas gemacht. Geht mir was zum Achtigen. Naja, hätte sich sooo ganz gern gefreut. Okay, machen wir lieber nicht. Gehen lieber zurück. Das ist bestimmt jetzt ganz toll. Aber das ist eigentlich keine Ahnung. Okay, also Level 12 ist klar. Das schaffen wir schon noch nicht. Nicht mit meinem Level 7. Wisst ihr, hier ist eine Okularum noch. Okay, jetzt bin ich kostenlos. Was ist denn hier? Oh. Hier, Scherben und... Achso, der Hausbruch. Dann geht man zur Weltkarte. Da reise ich nach Havels. Ja, möchte ich nicht. Weil ich satt da bin. Und was da zu tun. Dann gehe ich lieber noch mal eine andere Stage eröffnen. Oder eben halt fang an, die Quest zu verdienen. Ich veranspruche die Sehenswürdigkeiten eines Gebietes, um das Wissen der Inquisition über die jeweilige Gegend zu erweitern. Einige Kriegsfähigkeiten erzeugen für den Krieger selbst oder dessen Verbündete einen Block. Charaktere mit aktivem Block verlieren erst diesen, bevor die Gesundheit erinnert. Die erste Inquisition. Die erste Inquisition. Die erste Inquisition gab. Und jene, die es doch tun, glauben, sei der Küche vorausgegangen, haben... Ich glaube, ich habe mich gerade verlesen. Die erste Inquisition. Die Diagnose. Man ist noch so, dass man... ... das Internet nutzt. ... aber trotzdem. Ehrlich jetzt so... Wie gemein kann sowas bitte sein, dass... ... das ist eine Frabel einfach nicht verrückt war. Irgendwie das auch wieder das Einfachste vom 6. Jahrhundert. Probe ich mal schon. Ich bin mal nicht bereit. So ein Tausch da hat. Sehr lang. So, äh... Gibt es hier noch irgendwas? Nein. Wann mache ich halt zwei Sachen? Mal eins, die ich noch nennen. Hier irgendeiner mit mir hin. Außer hin und her wieder wagen. Marika, bei dem Ausgangszentrum bringt ja nichts. Hier vorne, gut steiß. Tarek, du hast am... ... jetzt auch so schnell zu sagen. Mach kurz hier rein und gucke mal, ob... ... eventuell noch jemand sich gut findet. Es ist schön, euch zu sehen. Sie ist wieder heil. Nein. Keine Ahnung, warum sie ständig kaputt geht. Wolltet ihr hier heute nicht dringen oder so? Sonst musiziert ihr doch immer gleich hier drin. Ah, danke. Wann nehmen. Ich gehe erstmal hier rein. Wenn da irgendwas... Hör mal an, wenn die Tür zu... Irgendwo kommt. Ich werde diese Verletzungsberichten... Mach das rein. Apotheker Edan sagt, eure gewünschten Reagenzien seien... Ich habe nichts zu abgesehen. Das ist ja ein Rätsel. Es gibt... Kann man doch immer was abgeben. Hä? Was ist denn jetzt los? Heute? Ah ja, stimmt. Kann ja immer noch entscheiden zwischen. Oder nicht. Okay, vor allem. Dann gehen wir erstmal hin. Geben wir das Geld mit. Mehr ist glaube ich gar nicht zu. Oder doch hier noch. Das hat nicht das Geringste mit mangelndem Anstand zu tun. Wir können sie schlichtweg nicht unterbringen, wenn sie so viele Bedienstete mitbringen. Ich werde mit der Herzogin sprechen. Sie ist vernünftige Argumente eingemassen zugänglich. Das nehmen wir gleich. Aber da reisen wir auch erstmal nicht hin. Da reisen wir erst im nächsten Part hin. Weil ja. Weil ja. Das kann man hier auch anders. Nein, ich möchte nicht weiter ziehen. Wenn ich noch was brauche. Wenn wir neue Welle. Dann auch das hier. Leichen da. Ne. Es wird süß. Einfach irgendwas mitnehmen. Endlich kann ich das Gebiet sowieso irgendwann bereisen. Bericht annehmen. Ich möchte noch nicht weiter ziehen. Gut. Dann gehe ich zu Haven. Äh. Nicht zu Haven. Hinterlande. Und dann. Nach. Da noch was. Was ja eigentlich immer ist. Unterlandes ja immer was. Ansehen. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Der Verreiter. Gut. Da könnte ich hin. Da könnte ich nochmal drüber reden. Reisen. Ja. Ich spreche nämlich mit. Du. Cassandra. Und Vivienne. Genau. Die drei nehme ich mit. Weil ich weiß, dass man mit dem einen Typen reden kann. Der kommt dann zu einem hin. Dann braucht man nicht diese Reitaufgabe. Machen wir die. Ich mag die einfach überhaupt nicht. Weil ich das Nummer eins einfach nicht fand. Was ja eigentlich damals schon immer hinbekommen kriegt. Wenn ich jetzt reiten muss. Dann lieber rein. Dann auch so. Irgendwohin muss unbedingt. Oder eben auch. So. Dann machen wir erstmal Schutz der Verreiter. Dann gehen wir weiter. Und schauen ob wir noch irgendwas finden. Eventuell. Das nämlich mit dem Level ZF. Heute immer noch nicht. Dass sich schon. Entweder bessere Wappen kriegen. Und. Und sonst wäre es auch. Die Geschichte dann immer weiter spielen. Und nicht immer noch. Bei der Geschichte nachhaken. Nein. Ich gehe da noch nicht weiter. Ich bin einfach. Willen zurück. Was hab ich gesagt. Das kann man ja auch glaub ich gar nicht. Was hab ich gesagt. Es gibt nichts zu berichten. Oh geh weg. Dann. Na da muss ich mit. So. Alter eigentlich. Was. Und puddelst du. Richtig hekt. Und dann. Und dann. noch was. Wenn sich diese Flüchtlinge selbst schützen wollen. Brauchen sie auch vernünftige Verteidigungsanlagen. Ich hätte da die eine oder andere Idee. Habe die Wachtürme. Ich bin eure Empfehlung gefolgt. Und habe in den entsprechenden Gebieten Wachtürme errichtet. Gut gemacht. So werden sowohl eure Flüchtlinge. Als auch unsere Bauern gewarnt sein. Wenn das nächste Mal Ärger droht. Ich werde mit dem Meister sprechen. Und veranlasst. Eure Leute an der Wegkreuzung Waffen erhalten. So. Kann ich doch theoretisch jetzt mit uns reden. Oder? Kann ich. Hm. Ich habe alles gemacht glaube ich. Mit diesen Wachtürmen werden meine Bauern und eure Flüchtlinge jetzt deutlich sicherer sein. Ich habe Vorräte zur Wegkreuzung geschickt. Ihr habt euren Teil der Abmachung erfüllt Inquisition. Meine gesamte Herde gehört euch. Gemeinsam mit ein paar guten Leuten die sich um sie kümmern. Hört ihr da. Ihr habt der Inquisition eure Stallburschen und Pferde überlassen. Was ist mit euch? Naja. Ihr habt hier ordentlich aufgeräumt. Und ich kann nicht behaupten es würde mich nicht reizen. Trotzdem. Fühlt es sich falsch an mein Land zu verlassen und wieder Stallmeister zu spielen. Besonders Vivienne. Vergesst es. Ich kann problemlos einige Gefallen bei einem Chevalier in Val Royaux einfordern. Und uns einen orlesianischen Stallmeister beschaffen. Orlesianer? Ihr spinnt wohl. Kein aufgeblasener orlesianischer Fatzke weiß mehr über Pferde als ich? Na schöne Inquisition. Ich kümmere mich selbst um eure Pferde. Keiner soll sagen können, Redcliffe hätte nicht seinen besten Leute geschickt. Lasst mich hier nur noch ein paar Dinge erklären. Und mich von meiner Frau verabschieden. Wir sehen uns dann in Haven. Die Frau kann doch mitkommen. Frau, dann bleibst du die Bar. Achso. Da draußen. Warum willst du nicht mitkommen? Was ist die? Die Frau habe den Bauern Bescheid gegeben. Danke, dass ihr die Wölfe vertrieben habt. Ja, mache ich die Aufnahme mit dem Vater. Ach du, soll ich das nochmal achten oder nicht? Hättet ihr Lust, euch an einer meiner Strecken zu versuchen? Ja, ja. Wir unterhalten uns später. Ich komme gleich erst. Am besten da. Gut. Was machen wir? So. Guck mal kurz. Ich glaube, da geht es ja Richtung Drachen, oder? Alles ist sogar so. Mal da, Kussen. Weil, wie gesagt, ich wollte dann noch diese eine Stelle da oben machen. Diese Thematik da, eventuell da hochgehen. Und was schneiden? Okay, hier bin ich. Da muss ich hier den Kreuzung drauf. Ich glaube, die Kreuzung wäre sogar näher dran. Wenn das etwas weiter weg ist. Ich bin da noch nicht komplett dabei. Das ist eine große Sache. Sehr schön. Ja, ich wollte mal die Runde unten kommen. Haugen da draußen. Ich habe hier jetzt eine Familie. Na nach oben. Ich gucke dann nach, ob da irgendwas Wichtiges ist. Oh! Also, das ist richtig, das ist wichtig. Mal, da muss ich ja mit der Aufnahme erst weiter kommen. Ich bin ja jetzt nicht immer noch so umsitzt. Hände in der Hohen. Was nehme ich noch mit? Vorne. Wie wir auch schon fast waren. Klasse nach Rettung. Okay, cool. Das ist erst eine Straße. Doch nicht da an. Ach, hier ist noch was. Wollen wir uns ein wenig umsehen, Schätzchen? Warte mal kurz, Schätzchen. Oh, da freundlich. Da vorne ist noch ein Leer... Ich mit deinem Leerzeichen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Jetzt noch Taschen. Ja. Genau. Taschen. Das kann doch nicht sein. Jetzt noch Taschen. Ja. Genau. Taschen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Du kannst nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich bin ja auch immer noch ein bisschen. Das würde mich sehr interessieren, wenn das jetzt das andere ging. Boah, der ist ja gerade schön. Ich hab's nicht drauf. Oh, ich bin doch nicht so. Schmücken, Leute. Ja, nächstes Mal. Ja. Dann haben wir das. Genau. Genau, jetzt will ich mich fragen. Also, dann mache ich hier erstmal kurz ein Lachen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefreit. Wenn ja, Lachen. Gerne kommentieren. Ich will, dass dieses verdammte Ding ständig überwacht wird. Beim ersten Anzeichen von dem...